Der Circuit de Cataluña in Barcelona Erlebte sein erstes Rennen 1991 Die Fahrer kennen die Strecke in- und auswendig Auch weil sie im Laufe der Zeit ausgiebig als Teststrecke genutzt wurde Eine ausgezeichnete Strecke mit der richtigen Kombination Aus hoher Geschwindigkeit und langsamen, engen Kurven Es gibt zwei DRS-Aktivierungszonen Die beste Überholmöglichkeit befindet sich in der zweiten DRS-Zone direkt nach der Hauptgeraden Sie mögen Absatz der Strecke gute Freunde sein Aber wie wir alle nur zu gut wissen, kann man immer mal ein Zerwürfnis haben Während man im Team um die Vorherrschaft kämpft Wie steht es zwischen Vettel und Rai Köhnen und wie gehen sie mit dem Druck um? Ich denke, Rai Köhnen arbeitet gerne mit Vettel Sie scheinen sich wirklich zu mögen Aber von dem entspannten äußeren Anschein sollte man sich nicht täuschen lassen Rai Köhnen ist immer noch der Iceman Er wird es dem vierfachen Weltmeister zeigen und beweisen wollen, dass er die Oberhand gewinnen kann Und sagt er was? Der Jeff? Anscheinend nicht Damit herzlich willkommen, liebe Interneter, bei Formel 1 2015 Ich muss mich gerade tierisch aufregen Und zwar hat er das Rennen vom Bahrain nicht gespeichert Und das musste ich jetzt, weil ich nicht nochmal Lust hatte, die 57 Runden zu fahren Gleich in der ersten Kurve gecrashed Das heißt, die Punkte fehlen uns dann nachher in der Endabrechnung Auf YouTube ist die Folge komplett drauf Haben uns den sensationellen siebten Platz erkämpft Und das geht mir tierisch auf die Klötze Nein, ich möchte es jetzt nicht weggeben Ich bin gerade ein bisschen aggro So eine Scheiße So, wir stellen mal das Auto komplett ein fürs Rennen Ich hoffe, es bleibt trocken Das ist das Doofe, dass es das nicht genau anzeigt Ähm, da unten, genau Zack Okay, wir basteln wieder an der Einstellung Versuchen es mal ganz sanft diesmal Gehen ein bisschen weiter weg Zack Und gucken wir mal, wie sich das fährt hier alles Alter, geht mir das am Sack Der speichert ja das Rennen nicht Ich hoffe, das passiert nicht nochmal Sonst werde ich echt aggro Dass du willst, dass du das wirklich dann komplett zu Ende fahren musst Nochmal Und da hatte ich jetzt keinen Bock drauf einfach Sei es mir verziehen Ist halt einfach megamäßig ärgerlich Sowas muss nicht sein So, dann gucken wir mal, was unser Setup hier bringt Diesmal bin ich ein bisschen uncool Und lade mir das von einem anderen Da gibt es ein paar Seiten im Internet Wo die das empfehlen Wir speichern das mal ab Gleich als trocken Spanien Ich habe gestern schon ein bisschen rumprobiert Am Abend noch Also am Abend Das war mitten in der Nacht So, Spanien Trocken Dürfen wir nachher nicht mit Spartrocken verwechseln So, und dann fahren wir mal raus Und testen die Strecke Ich glaube, wir lassen es einfach Oh, Regen Wettervorhersage Regen Scheiße, nochmal in die Session-Info gehen Anfangs trocken Danach wahrscheinlich Regen Okay, dann fahren wir nochmal raus Solange es trocken ist Und gucken, wie das Auto sich hält Jawohl Wir müssen uns erstmal wieder dran gewöhnen Bremspunkte suchen Pipapo Ich bin gerade am überlegen Ob ich in der Cockpit-Sicht fahre Sicherlich ein bisschen geiler eigentlich Da fahren wir jetzt mal ein paar Runden im Cockpit Und dann Genau Und ein paar normal Also das ist eine TV-Perspektive Wie sie es so schön nennt Oder wir gehen gleich in die TV-Perspektive Ne Zum Bremspunkte suchen ist die TV-Perspektive Glaube ich erstmal besser um einiges Oh Gott, oh Gott Du musst deine Bremsen etwas abgehören Schuhe sie etwas in den nächsten Kurven Hier müssen wir auf jeden Fall vor dem großen Schild bremsen Haben wir hier irgendwo einen Punkt, den wir uns einbringen können? Ne Wir fahren erstmal auf Mager raus Motor schon Und Spanien Einer der Strecken, die ich nicht so gerne habe Gucken wir mal, wie wir Das Auto hier Weiß ich nicht, was ich sagen will Wie fängt man Satz an mit Wie wird das Auto hier? Hm Schauen wir mal, wie sich das Auto hier verhält Das ist vielleicht besser Klinkenputzer, mir geht es eigentlich ganz gut Drei Tage noch bis zum Urlaub Und ich muss noch megamäßig viele Videos rendern und hochladen Noch die komplette Less of As-Reihe und Walking Dead Das mache ich heute Abend noch Und morgen Und dann sollt ihr auch noch Koffer packen und alles Also wird noch ganz witzig Aber ich habe das letztes Jahr gemacht im Urlaub, dass ich keine Videos hochgeladen habe Und dass der Channel einfach mal so megamäßig eingebrochen Und da habe ich dieses Jahr keine Lust drauf 100 Meter Schild Sind wir zu spät Okay Bisschen vom 100 Meter Schild runter Hier ein bisschen vom Gas weg Genau Damit können wir jetzt hier weit rausfallen Hier haben wir gesagt, müssen wir vor dem Riesenschild ein bisschen runter vom Gas Sehr schön Dann bin ich mal gespannt, wo wir hier landen Wahrscheinlich wieder relativ weit hinten Auf Experte nicht leicht, gar nicht leicht Ich hätte es mir ein bisschen einfacher vorgestellt Haben die ersten zwei Rennen auch schwer gefahren Das war ganz in Ordnung eigentlich Und auf Experte musst du dich halt Oh scheiße, megamäßig konzentrieren Jawohl Und Landest du einfach nicht in den Top 3 Beziehungsweise unter den Top 5 Wow, das ist schon schwer genug Qualifying kacken sie irgendwie ein bisschen ab Die KI Ich weiß nicht warum Oder wir schaffen es dann einfach Auf Punkt halbwegs gute Zeiten hinzusetzen Das kann natürlich auch sein So, die Runde wird uns gestrichen Weil wir die Kurve abgekürzt haben So wie es aussieht Aber haben dann erstmal eine halbwegs gute Referenz Um zu gucken, wo wir ungefähr liegen Ja, drei Sekunden hinten dran Genau, jetzt ist es erstmal noch recht stressig Aber dann mit dem Urlaub Habe ich erstmal Zweieinhalb Wochen Ruhe Werd natürlich regelmäßig raufschauen Auf den Channel Eure Kommentare beobachten Und mitkommentieren fleißig Also es ist nicht so, dass der Channel jetzt Brach da liegt Die nächsten zweieinhalb Wochen Das möchte ich auch nicht Also das Auto liegt mit den Einstellungen Sehr sehr gut auf der Strecke Ich muss gleich nur mal gucken Wie wir auf der Geraden da liegen Dann Start und Ziel Wie viel Zeit wir da verlieren Okay, hier so ungefähr beim 100 Meter Schild runter Das sieht ganz gut aus Die Kurve hier zieht sich wie Kaugummi Das ist so irre Für die nächste hast du dann gar keine Einsicht Wann die eigentlich genau kommt Also das ist dann immer so eine Gefühlssache Wo du runterbremsen musst Dann geht es hier nochmal in die Schikane Und dann musst du die Kurve hier relativ eng nehmen Damit du gut rausbestundigen kannst Und mit Topsuite dann gleich auf die Gerade gehst Sehr schön 1,603 Liegen wir hinter Hamilton Das sieht doch schon mal ganz gut aus Ich glaube wir kriegen noch ein bisschen mehr rausgeholt Aus dem Auto Wir sind auf Hardreifen unterwegs Mit einem weichen Satz sollte das noch um einiges besser gehen Jetzt erstmal ein Gefühl für die Strecke noch ein bisschen kriegen Und dann können wir eigentlich schon gleich ins Qualifying schlüpfen Ja Spanien bin ich so oft gefahren Also F1 2013 habe ich glaube ich zweimal durchgespielt Im Karrieremodus damals Halt mit Komplettrennen Insofern Sollte ich so ziemlich alle Strecken noch halbwegs kennen Das ist dann immer nur die Frage Wie man sich reingruft wieder Wow Vor allem ist es ja ein komplett anderer Rennstall als damals Oh 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 So weit Tschüss DHS Schild Sorry Wächst nach So und ich würde mal sagen Wir gehen gleich nochmal auf den weichen Satz Wenn sie die Regeln vom Training in Wirklichkeit übernommen haben Ist es ja so dass sie die erste Ich weiß gar nicht Viertelstunde war das Oder halbe Stunde sogar Im ersten Training Einsatz geschenk kriegst von jedem Paar Von jedem Paar Sind ja vier Stück Also von jedem Typ So ich habe jetzt gar nicht geschaut Wegen dem High Speed Müssen wir mal gucken Wie weit wir rauf gehen Sonderlich viel Tempo machen wir da nicht Also wir sind da mehr fürs Infield ausgelegt So wie es aussieht Mit dem Setup Wo ich nichts dagegen habe Ich bin eher lieber der Infield-Fahrer Als auf den Geraden Lama Guggen Das ist echt ärgerlich mit Bahrain Ich meine es waren nur acht Punkte Aber trotzdem Wenigstens haben wir noch In Bahrain jetzt den Rossberg rausgekegelt Nett wie wir sind Dann haben wir das Auto komplett Gleich gegen den Konkurrenten gegangen Sehr schön Assi hoch zehn zwar Aber was sollen wir machen Und wir werden mal an die Box Und holen uns mal einmal den Weichensatz Mit dem Harten funktioniert es eh ganz gut Mit dem Harten Dann gucken wir einmal was der Weiche hergibt Und wir schauen uns mal die Boxeneinfahrt an Genau damit Alles klar Dann fahren wir nochmal schnell Im sommerlichen Spanien Mit unserem Auto Mit dem Weichensatz Und gehen hinten raus Und trainen nochmal auf die Regen Und dann gucken wir Ob das Auto optimal eingestellt ist Und da ist wieder Ranjit Witzige Geräusche Oh man So Dann gib mir mal einen Satz Weichreif Ziel wäre P9 Okay Wir sind gerade auf P6 Sehr schön Gehen jetzt gleich mal in der fliegenden Runde raus Komm Bastel das Auto fertig jetzt Komm Geht schon Dankeschön Einmal auf die Options Jawohl Wir nehmen die Änderungen vor Die du angefordert hast Dankeschön Und dann geht es in die fliegende Runde Mal gucken wo man es da rauswirft Eigentlich müsste das ja genau in der Schikane sein oder Ne Okay Ist ein guter Ort um rauszukommen Und wir gehen gleich dann Auf Fett Das machen wir mal hier gleich Hat das jetzt umgestellt Ich hab nicht drauf geachtet Und ich würde sagen los geht's Schauen wir mal wie wir mit dem weichen Gas stehen dann Und was das Highspeed Tempo sagt Mit Fettmischung und Weichreifen Ja das sieht doch schon viel besser aus Das sieht doch schon viel besser aus Boah Bist du der Bart Der Harte hat uns jetzt Ich glaube mindestens 10-12 kmh gekostet Und die magere Mischung Das ist ja irre So Dann gucken wir jetzt mal wo wir da landen Gar nicht so einfach der Grand Prix hier Also die Strecke Die ist sehr sehr tricky zu fahren Vor allem der letzte Streckenabschnitt Mit der Schikane Sala Mary verzieh dich Danke Ah Danke Mary Echt danke Verzieh dich Die sind besser als du Maaaann Euter Ich will ja nichts sagen Aber ich bin echt aggro gehört Rage Mode on Dann setzen wir mal noch ne Runde danach Danke Mary Nein Und jetzt kommen wir hier zu weit raus Naja Okay Wow Trotzdem so ne Hammergute Zeit eigentlich Nicht schlecht Sehr geil Oh 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 Ist uns das Heck ein bisschen ausgebrochen Deswegen sind wir jetzt so weit außen Okay Ich muss mich gleich noch ein bisschen An die Strecke gewöhnen Vielleicht bleiben wir noch Ein, zwei Runden draußen Mit dem Weichen Und hinten raus Dann noch einmal auf Regen Unterwegs Und dann gucken wir Ob das so passt alles Und können schon ins Collie So der ist so ne Nicht vergessen Ah scheiße Zu weit raus Echt schwer einzuschätzen Wirklich Oh Gott Oh Gott Oh Gott Dritter Sektor ist noch katastrophal Durch die Schikane Kommen wir aber anscheinend ganz gut Gibt noch ne Runde hinten ran P3 Sehr schön Sehr gut Ist die Frage Was die anderen so für Reifen haben Rosberg und Hamilton Natürlich wieder vorne Die beiden Nice Ui Das war knapp Ich dachte wir fallen raus Okay Die hat mal ein bisschen Spitz an dem können Die Kurve Da kommen wir raus jetzt Da kommen wir raus Jawohl Ah Mist Sehr gut Sehr sehr gut Diesmal gut erwischt Ah Gott Oh 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 Gott Aber so schlecht ist P3 Gar nicht Vor allem auf Experte Ist das ganz in Ordnung Oh Abgekürzt Scheiße Nice Dann können wir noch ein bisschen draußen bleiben Und wir setzen uns mal auf P1 Erstmal Sehr sehr gut Bremsen sind zu kalt Du musst sie etwas aufheizen Ja das machen wir genau jetzt Sehr geil Haben wir es mal auf P1 geschafft Seit Ewigkeiten wieder Und ich glaube wenn wir jetzt das hintere Field noch besser sauberer hinkriegen Könnte das noch ganz geil werden Vor allem wenn es im Rennen dann auch so ist Die Runde machen wir noch Und dann werde ich mich per Schnelloption an die Box begeben Dann sprühen wir noch mal ein bisschen vor Dass wir den Regen noch erwischen Ah komm wir schon wieder zu weit raus Mist Ab an die Box Bringt nix Zurück in die Garage Arsche Oh man So Session Info Vorspulen Sehr nice In 10 Minuten geht es ab Leichter Regen Dann fettes Gewitter So wie es aussieht Sehr cool Das heißt wir müssen wirklich auf den Regenreifen raus Auch dann Was haben wir denn im Vorsprung Wir haben 0,159 Sekunden Vorsprung vom Rosberg Das ist ja mal richtig knapp Immer noch kein Regen Danach ist Regen möglich Nein wir wollen richtig Regen bitte Komm 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 Jetzt fahren sie natürlich alle wie die emsigen Bienen Damit sie noch im Trockenen die Zeiten liegen können Okay jetzt fahren sie gerade alle rein Wahrscheinlich fängt es gerade an zu regnen auf der Strecke Ja Momentan ist es ruhig auf der Strecke Vielleicht sollten wir ein paar Runden absolvieren Ja wir warten noch ein bisschen bis es richtig regnet Luft 21 Grad Gucken wir mal wie es abkühlt So jetzt sieht es doch gut aus Jawohl Das sieht doch richtig gut aus So dann hauen wir uns mal die Regenreifen rauf Und gucken ob das Setup auch für den Regen geeignet ist oder nicht Wett So Dankeschön Und raus geht's Wir fahren nochmal raus Verschaff dir ein Gefühl für die Bedingungen bevor du richtig Gas gibst Jawohl Das ist unser Ziel gerade Gucken wie alles funktioniert Ah die Regenreifen sind echt schön animiert Eventuell blockieren deine Hinterräder weniger wenn du die Bremsbalance nach vorne regelst Ja das will ich aber nicht Okay Schauen wir uns das nochmal an Ist die Frage ob Regenreifen schon die richtige Ja doch Sieht nach einer guten Wahl aus für die Regen und noch nicht die Intis Du solltest in die Box Sergio fährt mit Truppenreifen und ist schneller unterwegs Das will ich gerne sehen Oh Gott Okay ich glaube Intis Renn doch ist die wichtige Wahl gewesen Na gut gucken wir mal Das sieht richtig geil nach Sommerwegen aus da Ich würde gerne den Kollegen da hinter mir mal überholen lassen Ah fuck Damit wir sehen was der für eine Mischung drauf hat Machen wir jetzt auch Dankeschön Ich habe ein Update zum Benzinschein für dich Wir haben noch 20 Kilogramm übrig 20 Kilo Oh man oh man oh man oh man oh man Das finde ich scheiße Dass er eigentlich sagt in der Box Was man für Reifen jetzt aufziehen sollte Für mich sieht das Wetter aus wie Regen Und deshalb auch Regenreifen Gut DRS ist jetzt natürlich deaktiviert von der Rennleitung Wir bleiben mal auf Standard Wow Ach siehst du denn ich wollte mal gucken wie Regen aussieht wenn du so fährst Oh 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 Vor allem wenn du dann hinter den anderen her fährst Ob du dann wirklich die Gichte und so ins Gesicht kriegst Sieht man nicht wirklich einen Unterschied So die beiden da vorne Wir können halbwegs mithalten Das ist schon mal ganz gut Die werden ja wohl auch auf Regen unterwegs sein Kann ich mir nicht vorstellen dass sie die auf Intis rausgeschickt haben Fuck schlingern wir hier rum Ist das ja immer Wow 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 So Jetzt wird spannend Oh Gott man sieht gar nichts mehr dann Ist das geil gemacht Jetzt fahren wir genau neben dir Und sehen immer noch nicht was du für Reifen drauf hast Ne das sind die Regenreifen auch Ziemliches Unwetter gerade da draußen Geil Also wenn das im Rennen auch so ist Wäre das echt witzig Weil man sich da mega konzentrieren muss Nur vorsichtig in den Kurven Und wieder raus Sonst schlängert man so lustig hin und her Wie ich das gerade tue Und haben uns verbremst Ja ich würde sagen das war es für die Session Gehen nochmal kurz an die Garage Wir haben ein gutes Setup gefunden fürs Auto Haben ein gutes Gefühl Es funktioniert beim Regen nicht 100% so wie ich es mir vorstelle Aber ich glaube da den Kompromiss zu gehen und mehr jetzt auf Regen zu setzen ist ein bisschen zu riskant Insofern Sehen wir das dann im Qualifien und im Rennen Ob es regnet oder nicht Danke fürs Zusehen liebe Leute Und bis zum nächsten Part Wir schauen uns nochmal das Ergebnis der Session an Und dann können wir Schluss machen Heute nach dem Training belegt Red Bull die ersten beiden Plätze Das wird bei ihren Vivalen sicher die Alarmglocken läuten lassen Das könnte das Wochenende der Roten Bullen sein Aber warten wir mal das Qualifying Okay entweder bin ich blind oder der Kommentator derisch und dumm So wie es aussieht ist Mercedes und Saharafoss India auf Platz 1 und 2 Und die Bullen Toro Rosso liegt auf 15 und 16 Und Red Bull auf 6 und 7 Naja Ich bin gespannt wie es im Qualifying dann abgeht Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Ciao